ja wir starten diese aufnahme mit einem kleinen sprung mit mit dabei ist und für mich ist glaube ich die sound einstellung bei need for speed world ein wenig zu gucken habe ich da was machen ja wir machen ein kleines let's show würde ich sagen über need for speed world weil wir irgendwie gerade bock hatten und streit hatten und da ja da haben wir einfach mal gedacht ja komm spiel mal need for speed world und machen wir ein kleines let's show aber nicht wir beide hatten streit sondern ja mit jemand anders ich schicke ja noch den youtube link von ihm also von man bleibt doch mal stehen wie heißen du bist du da von driver 1810 soll ich ja den skype namen von dir schicken ich tue ja mein rein von mir aus aber ist keine ahnung ich tue den einfach mal rein und tust du dann auch den link von meinem wundern kanal von meinem kanal ja der ist jetzt noch nicht so super toll ich arbeite halt noch dran ja jeder arbeitet ja noch dran ich muss noch ein wenig den sound ein wenig dämmen weil das ist immer noch zu laut ja was wollen wir machen jetzt weiß ich nicht du hast doch vorgeschlagen dass wir aufnehmen ja ein kleines race kannst du ein race organisieren und mich dann hinzufügen ja klar warte ja und wir haben ein beide ein chef oder camaro namen bambi style könnte man sagen also den den gibt es jetzt noch gratis also da gibt es vieles noch gratis irgendwie keine ahnung wieso aber ja er versucht ja er versucht gerade mich in einem rennen mit hinzufügen zu fügen ja es ist fast frei also ich heiße so wenn ich mich ändern wollte macht mir egal er heißt weil wir einfach nein ja ich habe mehr bambi style als er und ready 10 9 8 7 6 äh naja in diesem rennwort stehen noch einen kleinen wack zeigen also bitte noch nicht direkt losfahren ja ich fahr los mir egal ja dann willst du wohl nicht in einem rennenfreie fahrt machen ne was du willst wohl nicht in einem rennenfreie fahrt machen ne achso ok dann noch was bringt das eigentlich das bringt so gesagt gar nichts naja aber dann sind wir beide hart 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 zweideutig ja ich weiß damit es zweideutig ist okay ich folge dir einfach mal schneller starten wo bist du hier hinter dir und dann an der wand vorbeischnitten ich hoffe dass es noch funktioniert ach verdammt das müssen wir jetzt bis dahinten machen ok lol und wieso warte bis zu der kurve dann können wir freuen uns dann ok ok juhu so haha ich bin eher tschess hehehe allerdings dürfen wir jetzt nicht mehr zurück auf die auf die Bahn sonst wie heißt es hauzt uns wieder rein ja ach und es könnte sein damit ich mal noch einer aus meiner umweltrede weil naja ich bin nicht also ich habe nicht ein eigenes Haus noch nicht noch nicht hab ich auch noch nicht noch nicht ich werde ich im Moment auch noch nicht haben ja ramm mich danach ups ah man schön rüberfahren schöne drehungen fahren äh wo wollen wir was machen wir denn jetzt hier in den Rennen weiss ich nicht fahren wir zurück ich habe keine ahnung wo wir hinfahren sollen ah da hinten au scheiß Laterne ey ich habe jetzt ne Idee wo wir hinfahren können harschen oh man ich ich und ja ich weiß ich kann nicht fahren wo bist du hin ne du bist vor mir schlau mal ja äh ach das war ja hier ja jetzt kenn ich das hier wieder was war ja da na eigentlich können wir aber wieder zurückfahren weil ich nicht weiß was ich mir machen können ey wo bist denn du so bist du aber weit weg was machst denn du na ich habe hier jetzt schon wieder so gesagt gar kein den schleudert den schleudert sauer weit zurück ey äh hallo äh ja tut mir leid mein Mikro war irgendwie grad komisch ich schlitter den äh na ok komm fahren wir zurück und fahren wir das Rennen jetzt ja mein Auto sieht schon äh wo geht es denn hier wieder zurück ich glaube da lang oder ja und mein Auto sieht wieder sau schrecklich aus mal wieder wie es bei mir irgendwie irgendwie gewohnt ist wir können hier auch noch vor ihr könnt hier auch mal in den Kommentaren schreiben was wir nochmal let's showen oder let's playen oder was auch immer das sollen ah da ist die Strecke ähm aber fahr nicht so drauf sonst fährt das nicht sonst fährt das was dann halt wieder anders drauf fahren ah man man gib doch mal man hallo ich will da hinten rein nein komm mit ich komm noch mit dann musst du auch warten wenn ich mitkommen soll ja er hat mehr Geld wie ich deswegen ist er ein wenig schneller aber nur ein wenig ja der Geld die Fakke hab ich gewonnen ha die Teile hab ich gewonnen achso na dann Arschloch ich hab 456.851 lol what the fuck alter was war das voll komisch ja ey ja wir haben zb minecraft mta was haben wir noch was wir zu zweit spielen könnten oh das Auto ey das war es eigentlich nicht oder was ich dich fragen wollte läuft APB auf deinem PC ich hab schon mal probiert aber nein es ist schade es ist nicht leckfrei wenn ihr wissen wollt ja ich hab auch gesehen uninteressant oh scheiß Auto ey oh schau wieder scheiß Auto ey Alter ja das Auto drückt mich weg geht ja auch voll real ne hm ah ne das sag ich lieber nicht das Bittere ist ich fresse gerade Eis du frisst Eis ja ich bin ein Hund ok dann back dir mal ein Eis ah wie schon hm und wie schmeckts back meis.de das gibt's wirklich geh mal auf geht mal auf nirgendswo.de das ist die geilste Seite ever boah liebe ich dachte wir dürfen keine Werbung machen bis zum Jahr mach doch Bronk auch ständig ja der macht doch auch ständig werben na da davon habe ich von dem habe ich das ja nirgendswo gehen sie mal auf nirgendswo.de oder wie er das gesagt hatte ich hab grad Eis gelöffelt und bin gegen Taxi gefahren oder so du hast Eis gelöffelt? hä? komm ich hab keinen deutschen ich hab keinen deutschen ja man merkt's lol wir könnten auch ihn edit äh adden edit ihn nicht mich er soll zugespampt werden äh bonuskarte welche soll ich nehmen? next yeah 5 verkehrs noch mit skillmode ok sowas von keine ahnung warum das bei mir noch englisch ist ich hasse das damit es englisch ist yum yum 9cat yeah echt mein Freund ist grad online seh ich so siehst du den Bug auch auf der Straße ist jetzt dieses Zeichen mal kurz welches Zeichen hier wie ist es wo bist du? ich seh dich nun hinter dir so und wo ist da ein Zeichen?